So, Marie ist ja international erfolgreiche Judo-Kämpferin, hat viele Medaillen international gewonnen auf World Cups und europäischer Ebene und wir haben ja gemeinsam ein Anliegen, dass Marie sich zu Olympischen Spielen in Tokio qualifiziert und ja, da haben wir eine ganz große Bitte oder ein Programm, das kann Marie am besten mal erzählen, wie das laufen soll. Genau, ich habe jetzt quasi diese Crowdfunding-Kampagne vor, aus dem einfachen Grund, mein großes Ziel ist es, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, dafür muss ich jetzt noch einige Qualifikationsturniere absolvieren, unter anderem in Russland, Georgien, Aserbaidschan, Afrikanische Meisterschaft in Marokko und noch vieles mehr. Ich starte für die Demokratische Republik Kongo, ein Land, wo es viele politische Probleme gibt und wo ich gerne auch mit meiner Qualifikation ein Stück weit helfen möchte, das Ganze zu verbessern. Wir sind allerdings gerade komplett auf die Eigenfinanzierung angewiesen, das heißt, jedes Turnier muss aus eigener Tasche bezahlt werden und das ist sehr, sehr kostenintensiv, auch die vielen Trainingslager. Und deswegen bitte ich euch um eure Unterstützung, helft mir auf diesem Weg. Ich habe 21 Tage Zeit, die Zielsumme zu erreichen, es geht nach dem Prinzip alles oder nichts, das heißt, wenn ich die Zielsumme nicht erreiche, erhält jeder sein Geld wieder und wenn nicht, dann haben wir es gemeinsam geschafft und ich würde mich auf jeden Fall über eure Unterstützung sehr freuen. Fight on und Gas geben!